Was geht YouTube und herzlich willkommen zur vierten Episode von Road to Pro in Fortnite. Das heißt, wir spielen jetzt schon seit ungefähr zwei Stunden am Stück und versuchen jetzt mal uns noch ein bisschen zu verbessern. Also jetzt vielleicht mal irgendwie bei euch den nächsten Tag schon. Ihr habt wieder schön geschlafen heute Nacht, hoffentlich seid ihr Studio ganz entspannt zu Hause und gönnt euch diese Folge. Legend Park. Yallah Habibi. Yo. Springst du jetzt schon raus? Nein, nein. Ich dachte schon. Boah, okay, wir gehen da hinten hin. Genau zu unseren beiden Markern. Eins, zwei, drei. Ich bin immer auch in der Luft. Ja, die sind beide auch da. Es sind zwei über dir. Ja, okay, dann warte, warte. Warte mal, ich habe jetzt eine Granaten. Mehr habe ich nicht. Die hatte ich jetzt direkt mal. Echt belassene Sachen. Ich höre die Granaten jetzt auf das Haus. Ja, die sehen mich schon. Ich bin so gut wie tot. Warte, warte, warte. Senkt die ab. Ich habe Nates geworfen. Oh mein Gott, Digga. Ich bin so gechokt. Ich lebe aber nach. Sind die immer noch auf dem Dach? Ja. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, Digga. Falls jetzt auf mich gehen, kannst du die halt holen. Die hat nicht in der Hölle Schwose. Nein, er hat es gehakt. Mach der. Hab einen. Ich finde nur Munition, Digga. Nur Munition. Okay. Nur Munition. Eingewollt. Weil nur, ich habe die Billo Shotgun und eine scheiß AR. Und ich meine, die vollautomatische. Ich würde töten für eine Billo Shotgun. Hier, bei mir ist einer. Genau bei mir im Haus. Ich kann nichts machen. Ich habe beide geholt. Chill. Ich komme, ich komme, ich komme zu ihr jetzt. Er ist direkt neben mir. Du bist so weit weg. Warte, warte, warte. Bitte nicht sterben. Ich komme. Ich verstecke mich jetzt einfach nur. Ich verstecke mich, ich komme. Hast du nichts? Nein, nichts. Gar nichts. Null Sachen, null. Warte, ich komme. Ich höre ihn zu laut, Digga. Ich höre ihn zu laut. Ich sehe ihn, er ist oben im Haus. Chill, chill. Er ist oben. Er hat halt echt scheiß Sachen, so. Ich sehe ihn. Hab einen? Ich glaube, ich habe ihn. Oder war da noch einer? Jetzt bitte nicht. Jetzt geht gar nicht ihr her. Doch, jetzt glaube ich noch einer. Nee, das nicht. Okay, hat er was gedroppt? Ja, warte, ich glaube, dir was hier. Ähm. Ich habe einfach nichts gefunden, so krass. Danke. Danke. Immer nur so scheiß Sachen. Hier ist noch ein Prank oben. Warte, ich glaube, in dir. Komm, komm mal hoch. Ein Schlürfi. Hm. Wenn wir nicht besser einen Loot finden, raste ich gleich aus. Ich habe so einen Kack-Loot gehabt. Da drüben ist auch schon alles offen. Ich weiß nicht, keine Kiste, oder? Ich weiß halt nicht, wo Gegner drin waren, wo nicht. Dann lass mal rüber einfach. Gut Glück. Da ist was Lilians da rechts auf der Dings hier. Ich glaube, das ist eine Pistol. Da, auf der Straße sind zwei. Auf der Straße sind zwei. Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Wir haben uns gesehen, oder? Ja, haben sie. Sie ist auf der Hinteren, komm. Ja, warte, ich sehe. Wahrscheinlich hittet er mich so gut. Ich habe nichts zum Bauen. Mein Gott. Warte, warte. Ich bin einfach ein Wurensohn. Komm, da hinter, komm, da hinter. Nein, Gott. Hast du irgendwas zum Beleben? Nee. Ich habe gar nichts, ich habe jetzt noch. Warte, ich hole die jetzt. Ich höre so die Steps. Die sind hier im Haus, ne? Ja, ich sehe sie, sie kommen hoch. Einen habe ich. Ja, der andere ist auch oben. Er ist runtergefallen. Warte, ich habe ihn angeschossen. Habe ihn wieder angeschossen. So, one bullet. Oh my god. Oh my god. Warte, warte. Du hast mir lilaske Haar gehabt. Du bist so ein schlbacken, Alter. Wie kann man so shit sein? Wie kills hast du, vier? Fünf. Tschüss, Digga. Der Rucksack. Digga, ich finde nichts, Digga. Warte, ich habe so viele Verbände. Ich kann mir was jobben. Und auf der Straße, auf der Straße muss ja auch... Ah, nee, der ist oben gestorben. Warte, ich jobte hier erstmal die Verbände. Warte. Hast du ihn hier oben geholt? Aber hier ist nichts irgendwie. Doch, doch. Oben, der ist runtergelaufen. Da liegen die Verbände. Hä, wo ist der Loot hin, Digga? Ist er hier runterge... Ah, hier. Blaue Shotgun. Blaue AR. Ja, warte, die brauche ich unbedingt. Brauchst du Shotgun oder nicht? Blaue Shotgun? Ja. Ja, wo ist das? Ja, hier, warte. Ey, wir müssen laufen, Digga. Lauf, pack ein und lauf sofort. Also, ich habe mir erstmal schön eingeparkt. Digga, du bist... Ja, die Zone ist schon absolut auf dem Weg. Oh, Gott. Ja, aber die zieht eigentlich wenig. Doch, ich schaffe das. Doch, ich will... Warte, also. Man muss schon... Gib dir Dings, das dauert eh nur drei Sekunden. Aber wir schaffen das. Ich meine, hast du genug Ding? Warte, ich nehme nochmal. Hast du genug? Ja, ich hab... Nein, gib nicht zu viel, weil jetzt zieht es am Ende, glaube ich, mehr sogar. Ja, ich habe acht noch. Ja, dann schaffst du es eigentlich. Gib mir auch schnell. Ja, wenn man länger drin bleibt, dann zieht es mehr, Digga. Deswegen... Warte. Oh mein Gott, Digga. Doch, wir schaffen es halt echt. Wir werden jetzt so von der SCAR H erwartet und hingerichtet. Hör auf, sag das nicht. Ja, ich schaff's. Wir haben es halt echt geschafft. Was ist das? Lauf, denn das Lauf. Ja, ich schaff's. Bin drin. So lächerlich. Oh mein Gott, warte, warte. Er ist ein Gegner. Warte, schnell, schnell. Direkt neben uns. Oh mein Gott, ich habe elf Leben. Bau direkt. Komm hier hinter. Oder ein Verband gönne ich mir. Nein, gönne dir mehr. Chill. Ich schaue erstmal, wo die sind. Ich glaube, die müssen sich auch erstmal heilen. Ich esse den Verband so auf, Digga. Ich glaube, die sind hinterm Stein da hinten. Okay, so, bin am Start. Ich glaube, die sind hinterm Stein. Ich bin echt nicht sicher. Ja, die sind hinterm Stein. Okay. Da hinten, die laufen weg. 35, 35. Die können halt nicht weg da. Die können uns eigentlich nicht choken. Ja, ich... Nades, aber so viel Mami haben wir auch nicht mehr. Ja, alles gut. Dem Raketenwerfer. Chill, komm mal ein bisschen runter. Komm runter. Ja, Digga. Der Raketen bringt gar nichts, Digga. Komm hier. Sollen wir abhauen, einfach hinter uns weglaufen? Weil, ja, ich habe 70 Kugeln, Digga. Weiß nicht. Ja, die hauen auch ab, oben. Nein, lass abhauen. Wir haben die Powerposition. Ich hau ab. Lass hinten weglaufen. Müssen eh wieder absolut 3 Kilometer laufen. Na, so ist es... Ja, doch, schaffen wir. Doch, doch. Du hast schon berechnet, genau wie viel wir am Ende noch haben. Ja, ich habe die Kilometer durchleben mal 4 gerechnet. Ja, kenn ich. Halt direkt heilen, Digga. Und irgendwo verstecken. Na, hier verstecke ich mich jetzt. Ist das auch, Digga, wieso haben wir so pech, man. Digga, diese Runde ist halt belastend, weil ich null Kills habe. Ich bin nicht im Flow, Digga. Weiß. Wir laufen halt eigentlich die ganze Zeit nur. Ja, wir holen den... Hier, direkt bei mir ist einer. Warte, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, du bist da hinten. Ich bin... Warte, warte, ich komme. Er ist so weak. Er ist so one bullet, Digga. Schießt er auf dich? Nein, nein, er baut was, er baut was. Er ist so one bullet. Warte, 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 ist er alleine? Ja, ich glaube, ja, er ist alleine. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist so one bullet, der holen sie an. Den, warte, versteck dich einfach. Er ist oben. Er war echt one bullet, oder? Ja, ich habe ihm absolut einen Schuss gegeben. Ich hoffe, jetzt kommt einfach kein anderer. Das wäre echt sehr belastend. Und noch 14, nee, 13 Leute. Das Ding ist, der Choke war jetzt einfach schon wieder so. Also, ich brauche... Weil die AR eigentlich, weil ich brauche hier, ich muss loten, oder? Ich brauche hier mindestens Munition und so. Ja, Muni kann ich dir auch jobben, warte, ich habe... Hast du irgendwas zum Heilen? Ja, ein Verband. Warte, ich habe noch zwei, zwei Tränke noch, warte. Wie viel Muni hast du oder brauchst du? Schon, ich habe nur 30 Schuss in der AR. Dann jobbe ich dir wieder 20 oder so. Soll ich die AR aufheben? Nee, ne? Nee. Rechtszone sind auf jeden Fall Schüsse. Warte, ich muss kurz die Minimap öffnen. Ja, wäre schon schlauer, wenn wir jetzt rechts rumlaufen, aber die sind halt Gegner so, weißt du? Ja, wir können ja mal gucken. Also, ich sehe sie schon, ja. Ja, doch, komm, 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 wir müssen laufen, die Zone. Ja, stimmt. Warte, da wäre linksrum doch schlauer gewesen. Nee, warte, warte, sei einfach leise, vielleicht hören die uns nicht, dann können wir von hinten. Ja, die Zone ist so langsam, weil wir hier halt am Ende sind, chill. Laufen uns easy. Laufen uns easy. Laufen links so ein bisschen. Ja, ich... Warte, Leute, wo bist du? Du bist zwei weit weg von mir, Digga. Hör sie, die sind hier direkt vor mir, komm. Ja, warte, ich schneide die... Hab einen. Der andere muss da oben irgendwo sein. Ja. Er liegt da, er liegt da im Stein, er liegt da im Stein hinter dir. Achso. Ja, der ist tot, Digga, da oben, der baut sich da. Ja, der ist ziemlich broke, der Typ. Er hat einen Raketenwerfer? Er hat mich geholt. Wow, Digga. Er schwitzt so. Der Raketenwerfer ist der Todesstörer. Ja, was? Er gibt mir einen Schuss mit der Shotgun! Ey, belastend. Nein. Ja, die waren echt gut. Der eine hat so gebaut, als ob sein Vater Bob der Baumeister wäre, Digga. Er gibt mir einen Schuss mit Shotgun, wahrscheinlich, Digga. Wo sind wir denn hier, Digga? Alles gut, Digga? Ja, alles easy. Ich hab gerade schon hart Bock, hier direkt Tomato Town zu hitten. Dann, let's go. Let's go. Ich glaub, wir waren nicht die einzigen mit dem Plan. Nicht? Ich glaub, ich bin der Erste unten. Leute, in der Zwischenzeit hat Sweetie einen so lustigen Witz gemacht, dass ich mir Rotzer aus der Nase gelaufen ist, weil ich es so gemacht hab. Da kann ich jetzt nicht reinschneiden, weil es so eklig aussah. Das war... Doch, so bei 20k Likes kommt das Video umgeschnitten. Ich hatte was Instagram, Pico. Ja, doch. Ja, dann hättest du 100k Safe drauf. Wo sind denn die ge- dropped, Digga? Hast du ne Waffe oder so? Ich hab ne blaue Shotgun auf jeden Fall. Ja, ich hab mal wieder... Lass bitte zusammenlaufen, Digga, sonst... Ja, ich hab nur Munition gefunden, mal wieder. Ah, bist du das hier? Ja, der ist... Bei mir ist schon ein Gegner, ich bin schon tot. Ah, hier ist ein Gegner, bei mir auch. Warte, 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 warte. Ja, warte, ich... Ja, ich seh sie beide, sie kommen beide zu dir. Die vier Leute! Spielen wir Squat oder was? Ich krieg's so in ihren Arsch, Digga. Halt doch an, meine Fresse, Mann. Er läuft hier zwischen den beiden LKWs. Ja, ich seh's. Oh Gott, ich hasse sowas, Mann. Was planst du? Digga, ich hab absolut vier Kills gemacht. Echt? Ja, die hatten alle keine Waffe, alle. Ich hab alle vier geholt. Ja, ich werd natürlich vom einzigen wieder erschossen. Warte, ich komm mal. Digga, jetzt haben wir Tomato für uns, ist doch gut. Hoffe ich mal. So lustig, man alle mit der Axt da. Ich verschnitte. Hinter dir. Im Haus. Ich hab nur noch zwei Shotgun-Schüsse. Das ist belastend, Digga. Ja, ich hör ihn oben. Ich hab keine Muni, Digga. Ah, da ist Muni. Warte. Okay, ich hab sieben. Ist auch nicht viel besser, aber egal. Wo ist der genau? War der nicht hier im Haus? Ah, hier in der Ecke, Digga. Hast du ihn? In welcher Ecke, Digga? Hier im Haus. Ich seh ihn einfach nicht, Digga. Er war hier im Haus in der schlimmsten Ecke des Jahrhunderts. Hast du schon fünf Kills? Ja, aber der war nicht direkt down. Irgendwo muss der Mate noch sein. Ich lauf hier ohne Loot ganz entspannt ran. Ich hab keine Shotgun-Money mehr, Digga. Mit der Shotgun bin ich grad so... Ich bin wieder der reinste Freak. Der hat was gejobbt gehabt, Digga. Komm mit. Lass da hinten gleich unter in den Bunker. Da sind auch eigentlich immer Sachen. Hier ist nur noch ein Nachbarhaus, Digga. Das können wir mal abchecken gehen. Hier, der hat noch AR und Muni. Okay, warte. Und ich kann dir noch einen, äh... Trank geben. Trank wär schon lit. Und einen kleinen. Ach, danke. Ich kann mal hier hoch. Da oben müsste noch was sein. Ich glaub jetzt wahrscheinlich einfach eine Falle. Der lit. Nee, hier ist nichts. Die Tür war schon offen. Was weiterlaufen? Was weiterlaufen? Hier ist nichts. Was Richtung Plastik? Dann lauf einfach oben entlang. Ich mach bisschen Risiko. No risk, no fun. Ja. Lelelelele, let's go. Aus diesen Hallen laufen? Ich bin halt absolut schon so gelootet, aber... Können sich schon abchecken. Boah, echt Shotgun Muni, ich mein's ernst. Der Shotgun bin ich so gut. Besser als mit der normalen Waffe. Hast du heute schon die Jawline trainiert? Nee, leider nicht, Digga. Das fack mich so heftig ab, Digga. Der ist nicht normal. Kommen wir irgendwie grad nicht dazu. Ich weiß nicht wieso. Ich bestell mir die Target im Jawsurizer. Echt? Ja. Wirklich? Ey, sie capen beide hier. Warte, warte, ich komm. Komm schon. Oh mein Gott, Digga. Warte, Digga. Warte, Digga. Warte, Digga. Wo ist der? Eine Falle war das. Oh, mit der Falle. Lauf bitte weg. Nein! Über uns war eine Falle, Digga. Über uns. Ich hab sieben Kids gehabt. Hättest du gesehen, wie ich sie geholt habe. Ach, sie kämpen nicht wirklich unter einer Falle. Was ist los mit denen? Über uns war eine Falle. Ich wusste nicht, was du mit über uns meinst. Ich hätte einfach wegrennen müssen. Wir hatten den besten Loot der Welt. Ich hab sieben Kids gehabt, Digga. Ey, du... Nein, Digga. Du weißt nicht, wie ich sie geholt habe. Ach, du Scheiße, Digga. Ich schieß auf einen, der hat eine Shotgun, Digga. Obwohl er sogar Trank hatte. Und ja, den anderen hab ich dann auch weggelebt. Also die vierte Folge war aus meiner Sicht leider nicht so erfolgreich. Weil ich absolut gechokt hab. Und die fünfte wird besser. Ja. Okay, Leute. Dann lasst ein Like da. Kann man nichts machen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.